Servus YouTube und herzlich Willkommen zu einem kurzen Frage Video und zwar wollte ich euch fragen, ob heute Abend ein Stream von Call of Duty Warzone kommen soll. Ich habe mir das Spiel nämlich gestern runtergeladen und habe mir heute gedacht, streame ich es für euch oder streame ich es nicht für euch. Habe ich mir gedacht, ja, ich mache es. Aber ich wollte euch noch mal fragen, ob ihr Lust drauf habt. Und ja, schreibt es mir in die Kommentare und ich werde dann darauf reagieren. Haut rein. Ciao mit.